Mahlzeit Freunde, willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 3 und den Prestige Meisterungsherausforderungen im Multiplayer Modus. Dieses Mal verkebappt. Ich hoffe mal ich lese das richtig, nicht dass ich immer noch Hunger habe, deswegen was falsch lese. Jedenfalls müssen wir mit der RAM 9 Kills machen unter Verwendung der Zielvorrichtung. Insgesamt 52 Kills kann man quasi mit dieser Herausforderung kombinieren, aber dazu kommen wir gleich. Jedenfalls die RAM 9, ich habe hier schon mal was vorbereitet, wir gehen auf meine Waffen, zack und da haben wir hier die RAM 9 MP. So, können wir hier oben wieder auswählen, MPs haben dann hier die RAM 9 und müssen mit dieser Waffe einfach nur zielen und Kills machen. Das ist auch schon alles. Wie das ungefähr aussehen kann, zeige ich euch nochmal schnell. Die Rechnung ist beglechen. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.